Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video hier auf meinem Kanal AndiSkinoBlog. Ja, ich habe für euch heute wieder ein neues Zavi Steelbook, was ich gerne mit euch zusammen unboxen möchte. Jetzt handelt es euch hierbei um das Zavi-Exklusiv Steelbook von Dawnfall oder hier auf Deutsch der Untergang. Ja, hier in der Hauptrolle war Bruno Gans als Adolf Hitler und was ich vorab sagen muss, es handelt sich hierbei um die deutsche Kinofassung. Wir haben hier nicht die erweiterte Fassung, was ich eigentlich sehr schade finde. Bisher gibt es die erweiterte Kino bzw. die erweiterte Fassung nur auf DVD, habe ich mal gesehen, aber ich selber habe diese auch noch nicht gesehen und weiß auch nicht, wie viele Extraszenen in dieser erweiterten Kinofassung enthalten sind. Ja, Zavi hat hier ein Exklusiv Steelbook rausgebracht mit dem Namen Dawnfall. Das ist der englische Titel von der Untergang. Wir haben hier natürlich eine deutsche Produktion und wie ich schon eben sagte, Bruno Gans in seiner wirklich Paraderolle als Adolf Hitler. Ich muss wirklich sagen, dass der Film war schon krass gewesen, ist für mich eine der besten Verfilmungen, die es hier aus dem Genre des Zweiten Weltkriegs oder Zweiten Weltkrieg gibt. Und auch das Steelbook musste ich natürlich auch direkt haben, weil ich das sehr sehr cool fand vom Design. Ja, wir sehen vor uns das Steelbook natürlich so bisschen in Comicart gezeichnet mit der deutschen Nazi-Flagge, die da schon so halb zerfetzt ist. Wir sehen auf dem 1.4. Slip Adolf Hitler, der im Garten seiner oder ja im Garten seiner Reichskanzlei oder neuen Reichskanzlei steht vor einem brennenden Scheiterhaufen und ja die Hände so übereinander gelegt und nach unten guckend, als würde dieses Bild jetzt aussagen, ich weiß eigentlich, was jetzt schon passiert. Und im Hintergrund natürlich die zerfallenen und zerbombten Häuser in Berlin. Wir drehen jetzt einmal kurz um das Steelbook und wir sehen hier natürlich eine englische Schrift. Wir haben hier auch Alexandra Maria Lara, viele super gute Schauspieler, die hier mitspielen. Und es ist auf jeden Fall ein sehr sehr toller Film. Und wir haben eine deutsche Dolby 5.1 Spur und dieser Film geht 149 Minuten inklusive jede Menge Making of Specials und so weiter und so fort. Und hier steht noch Behind the Scenes Look with Directors Commentary. Ja, werden wir mal schauen. Wahrscheinlich sind dann auch die, was auch ein Vorteil ist, die ganzen Extras auf Deutsch sein. Das ist ja ein deutscher Film. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich hier ein paar Szenen. Hier haben wir auch, wo Goebbels seine Frau auch im Garten der Reichskanzlei erschießt. Und jede Menge, ja wie gesagt Bonusmaterial. Ich freue mich auf jeden Fall. Das ist ein sehr sehr schönes Steelbook. Ich war froh, dass ich das bekommen habe. Mir hat das auch so vom Design sehr sehr gut gefallen. Wenn wir den Slip hier einfach mal rausziehen, sieht das so aus. Von der Seite sieht das Bein so aus. Müssen wir mal hier so nehmen. In altdeutscher Schrift Dawnfall. Und hier hinten das, was ich richtig cool finde. Ich bin natürlich, und das sage ich ganz klar, kein Anhänger des Hakenkreuzes oder finde das cool. Aber ich finde das Bild geil, weil das Hakenkreuz hier so langsam in sich zerbröselt oder verbrennt. Es soll Asche sein. Und das finde ich ein sehr sehr cooles Cover. Muss ich ehrlich sagen, super gut. Und ja, wir haben dann noch ein Zitat von Adolf Hitler. Das könnt ihr euch ja durchlesen. Ich hätte mir vielleicht jetzt ein anderes, eine andere Disc gewünscht. Aber es ist okay. Und dann haben wir leider auf der rechten Seite nichts mehr. Es ist ein schönes Steelbook. Mir gefällt das vom Artwork sehr sehr gut. Aber das Innenartwork hätte auch vielleicht auf der rechten Seite hätte man noch was machen können. Und die CD an sich selber wäre auch gut gewesen, wenn man die vielleicht in einem anderen Motiv gemacht hätte. Aber ich möchte da nicht meckern. Das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Für mich ein sehr sehr gelungenes und tolles und schlüssiges Steelbook. Ich hatte diesen Film bisher noch nicht als Blu-Ray. Und kann nur ganz klar sagen, ganz klare Kaufentscheidung. Derzeit gibt es das noch bei Zavi. Ich glaube für um die 18 Euro sollte man zugreifen, wenn ihr noch Interesse an diesem Steelbook habt. Ja, das war es von mir. Das war mein Unboxing von dem Film von Zavi exklusiv Steelbook Dawnfall. Und einfach zuschlagen kaufen. Sehr sehr guter Film. Auf jeden Fall regt zum Nachdenken an. Und ja, man sieht einige Dinge auch dann mal aus anderer Sichtweise vielleicht, wenn man den gesehen hat. Also ich finde das immer wieder erschreckend, wenn man solche Filme schaut, was dann da alles so in dieser Zeit passiert ist. Da kann man ehrlich nur noch gesagt im Kopf schütten und sagen, meine Fresse. Ohne Worte. Das ist so grausam und schlimm gewesen. Aber nun gut. Es geht ja jetzt hier nicht um die Geschichte Deutschlands, sondern es geht hier um das Steelbook. Das Steelbook ist wirklich sehr gut gelungen. Daumen hoch. Das war es von mir. Das war mein Unboxing zu Dawnfall. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns dann zum nächsten Video. Haut rein. Euer Andi von Andis Kinderblog. Bis dann. Ciao.